So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich möchte heute noch was ganz Besonderes machen. Erst dachte ich, ich warte noch, ich warte noch, ich warte noch, weil ich gerade auf Glücksfreunde hoffe, um mit einem Glücksfreund einen Mirror Trade zu machen, also einen Spiegeltausch. Ha, die reißt wieder das komplette Sofa auseinander. Um mit meinem Glücksfreund einen Spiegeltausch zu machen von Venikron, oder wie das heißt. So, ich gucke mal kurz nach dem Namen, bevor ich mich hier wieder komplett blamiere. Venikro, Venikro, was habe ich gerade gesagt? Vergesst es so. Denn ich habe ja zwei Venikro, ihr habt zwei Venikro, man kann ja Venikro nehmen und kann das dann einfach im Spiegel tauschen, oder wenn jemand sagt, er braucht die gar nicht, gibt er die einfach ab und dann ist es war's. Und ich wollte ein Venikro heute entwickeln, da wir ja endlich die Season-Forschung, Spezialforschung fertig machen können. Diese zwei, Venikro hatte ich, das war das Bessere, das habe ich schon mal gezeigt. Das hat drei Sterne, das hat 14 Angriff, dann 13, 12. Und dieses hier habe ich jetzt in einem Mirror Trade mir tauschen lassen. Das hat auch drei Sterne, 15, 14, 13. Lutherstadt, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, das Ding kam vom Kaiser Kai. Danke Kaiser Kai. Und ich werde wohl das jetzt auch entwickeln, denn wer weiß denn, wann ich mal wieder einen Glücksfreund bekomme. Wer weiß, ob derjenige dann überhaupt ein Venikro hat. Und ich möchte das Video nicht in 100 Jahren rausbringen, sondern jetzt noch relativ zeitnah auch, wenn Venikro noch eine Sache ist. Was musst du tun, um Venikro zu entwickeln? Du musst es als Buddy nehmen. Du musst mit ihm zusammen als Buddy 20 Drachen-Pokémon fangen. Und du brauchst 200 Bonbons zum Entwickeln. Die Bonbons habe ich jetzt noch nicht, aber dafür möchte ich jetzt kurz noch was machen. Und zwar war ja dieses Ultradimensions-Wunder-Event. Da gab es drei verschiedene Herausforderungen. Hier Sammlerherausforderungen, Forschung, Fang und Raid. Ich habe nicht geradet, also Schadrago habe ich geradet, aber Capuno und Kindwurm gibt es auch in der Wildnis und zählt auch dazu. Ich habe jetzt hier, denke ich mal, noch ein Gazdella drin, weil ja in allen Dingern immer Gazdella drin war. Das hat 406. Wir könnten es gleich mal kurz bewerten. Ich habe in einem der letzten Videos die anderen abgeholt. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Was ist 406? 406 ist relativ gut, aber für mich ist es eigentlich nichts. Eigentlich kann es auch weg. Jetzt habe ich wenigstens die drei Sammlerherausforderungen fertig. Wenn ich jetzt hier rübergehe, haben wir zwei Forschungen, die ich noch abholen möchte. Einmal nämlich die Meisterwerk-Forschung Fangwunder. Das war die, wo es am Ende den Meisterball gibt. Die hole ich jetzt auch hier ab in dem Video. Da musste ich nämlich noch Eier brüten, hatte aber nur die unendliche Brutmaschine. Das hat also alles ein bisschen gedauert. Jetzt ist das hier aber fertig. Hier habe ich jetzt so einen Welser drin. Das können wir auch kurz bewerten. Auch drei Sterne. Okay. Wir können jetzt hier den Meisterball abholen. Für mich ist das der zweite Meisterball. Für euch müsste das der dritte Meisterball sein. Du hast einen Meisterball erhalten. Hier kommt wieder diese Grafik. Passt so auch vom Design her zum Venigro oder halt zum Agoyon. Wie halt die Weiterentwicklung heißt. Guck mal, das ist Lieder, das ist Lieder. Dann hast du hier noch so Rosa mit drin. Du hast keine Ahnung. Also irgendwie, als ob das ein Meisterball ist und sich entwickeln kann. Nehmen wir jetzt mit. Ich habe bisher noch keinen Meisterball benutzt. Weder auf meinem alten Account noch auf dem Account. Habe ich nie gebraucht. Hier, weltvoller Wunder, fehlt noch bei einer Aufgabe. Was? Erlöse fünf Krypto-Pokémon. Da muss ich noch eins erlösen. Da gebe ich mal hier kurz Krypto ein. Nehme dieses Relaxo. Erlöse dieses Relaxo. Da habe ich mir einen Stern dran gemacht. Jetzt ist die Aufgabe fertig mit fünf Kryptos erlösen. Weil dieses Relaxo jetzt nämlich, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, so gut war, dass es ein hundertprozentiges wird. Wenn ich es jetzt bewerte, müsste das also ein hundertprozentiges Relaxo sein. Erlöst extra für dieses Video. Könnten es eigentlich auch auf, können wir es auf Level 40 ziehen? Muss man das auf Level 40 ziehen? Wie viel hat es? Ich möchte keine XL dran knallen. Auf Level 40 hätte es 3200 noch was. Aber eigentlich möchte ich ja, hm, ich möchte ja den Account eher mit Krypto-Pokémon. Ich müsste eigentlich sechs Krypto-Relaxo auf Level 40 ziehen. Das wäre eigentlich sinnvoller als ein hunderter auf Level 40. Oder halt auf Level 50. Aber ich glaube, ich habe genügend Bonbons. Ich glaube, ich kann das trotzdem erstmal auf 40 ziehen. Solange ich keinen XL ausgebe, ist das halt egal. Ziehen wir das trotzdem mal auf Level 40. Dann ist das hier Max out Monday. Vielleicht kommt das Video sogar im Monat raus. Dann würde das sogar passen. So 3.225 kratzt sich hier am Bauch. Was haben wir hier noch drin? Haben wir jetzt hier noch eine Aufgabe gelöst? Hier ist ja alles gelöst. Dann holen wir das jetzt auch schnell noch ab. Hier ist auch wieder ein Gastella drin mit 405. Ihr habt gesehen, 406 war kein Hunderter. Da ist 405 natürlich auch kein Hunderter. Hier ist nochmal Gastella drin mit 394. Ist also auch nicht so gut. Jetzt gehen wir hier hin, holen da ab. Sonderbonbons. Rocket Teile, mysteriöse Teile für ein Rocket Radar. Dann haben wir hier zwei Pokémon noch drin. Ein Nidoran. Bist du jetzt wieder einmal am PC aufnehmen mit dem iPhone und schon passt wieder perfekt. Hier ist noch ein Nidoran drin. Das heißt, hätte ich die abgeholt, hätte ich die ja auch für die Forschung gehabt. Jetzt habe ich natürlich aus den fangen 10 Pokémon Aufgaben Nidoran, männlich, weiblich gehabt. Aber wenn ihr das abgeholt habt, dann habt ihr das ja auch für die Fangdings gehabt. Jetzt haben wir hier noch 803 EP. Wir haben nochmal 100 Venigrobonbons und können jetzt unser, weil hier alles abgeschlossen ist, unser Venigro entwickeln. Jetzt gehe ich hier nochmal drauf. Venigro. Hier ist es grau. Hier ist der Entwicklungsbutton da. Denn der hat 20 Drachen gefangen. Es gibt ja ganz selten in der Wildnis auch Dratini. Noch seltener gibt es Kindwurm und Capuno. Dann habt ihr Schadrago in den Raids. Ihr könnt aber auch Kindwurm und Dratini-Raids machen. Aber wir haben jetzt dieses Teil und wollen jetzt hier die Entwicklung machen für das Video, für den Pokédex-Eintrag. Den Meisterball entwickeln wir jetzt. Jetzt muss ich in den Titel schreiben. Ich entwickle den Meisterball. Agoyon. Pokédex-Eintrag oder so. Weil das sieht halt aus von den Farben her wie ein Meisterball. Wenn du das zusammenfaltest, zusammenschnürst, dann hast du das einfach da. Agoyon. Agoyon. Ist das gut? Ist das schlecht? Kann das was? Ich weiß es nicht. Das kommt auf 3.558. Aber Gift und Drache. Wollen wir die 66 Bonbons noch draufhauen, die wir gerade haben? Dann gehen wir auf 2.473. Da kommt es wenigstens so fast an die 2.5 ran. Okay. Sieht es nicht ganz so schwach aus. Und falls ich doch irgendwann nochmal einen Glücksfreund finde, der noch ein Venigro hat und Mirror traden möchte, kann ich das ja machen. Und wenn das dann besser ist als das, dann beiße ich mir in den Arsch. Weil hier diese 200 Bonbons für die Entwicklung wieder zusammenzukriegen, das ist wieder eine Wucht. Mit dem musste nämlich auch übelst viel laufen. Deswegen, Sonderbonbons magst du eigentlich in andere Sachen reinstecken. Ich glaube, ich tausche das einem andere gar nicht, schmeiß es einfach weg, dass ich nie in Versuchung komme, mir noch ein besseres Agoyon zu holen. So, wenn das gut ist, schreibt es rein. Wenn es nicht gut ist, schreibt es nicht rein. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und danke an den Kaiser Kai natürlich für die Gelegenheit, dieses jetzt hier im Video zu entwickeln. Ciao.